ja heil willkommen mein name ist der nido lp was euch zurück zur blade kitten ich glaube die ganze zeit versucht hier jemand mich zu schließen na wo bin ich überhaupt ich glaube bei dem da jetzt immer schon mal gewesen glaube ich sehr schön ja in der letzten folge haben wir hier diesen kleinen rakaja verfolgt und wir sollten ihn ja eigentlich zu diesen typen 100 tonne zurückbringen aber ich glaube der typ ist irgendwie mal abgezischt dahinten keine ahnung was das sollte und wir gehen weiter unsere wege und sammeln alle sachen wieder ein zu einem ladebildschirm habe ich was sehr schönes gelesen ja und zwar zum lade beschirm stand irgendwie soll er zwei und vier klicken dann kann ich irgendwie so kritischen angriff oder irgendwie so machen geht anscheinend aber nicht keine ahnung Was, Oskar? Geh bloß weg, du, ey. Her, dich! Au, au, au! Gut, Mann! Danke! Wann war's? Boah, ich muss mich schon wieder dran gewöhnen an das Spiel. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Jetzt nehme ich noch mal ein paar mehr Parts auf. Okay, mach irgendwas! Skiff! Wann haben wir ihnen schon mal einen Namen gegeben? Ich weiß noch gar nicht. Ja genau, hier war ich, glaube ich, als letztes. So, wir haben den Schalter-RPD. Genau hier war ich das letzte Mal. Äh, nein! Kannst du das machen? So, weh mich rauf! Na los! Ich glaube, er klappt nicht. Okay, jetzt schnell da hin. Sehr gut! Ich glaube, da oben war ich aber schon, ne? Ja, okay, dann machen wir weiter. Ich glaube, weiter als hier bin ich willkommen. So gut, dass hier... ... in den Leveln gespeichert wird. Wir sind da, glaube ich, mitten in der zweiten Level. Und... Ja, wäre ein bisschen blöd, wenn die jetzt irgendwie zu Ende wäre oder so. So, wie kann man noch mal... ... mit R2 kann man... Ja. Wenn man rennen muss... ... das wollte ich noch mal wissen. So, jetzt bin ich schon wieder... ... was ist das denn? ... ... Gertollpunkt! Sehr geil! Ähm... ... da rechts müssen wir lang... ... ... also... ... ... da ist nix! Verdammt! Oh! Oh! Na, hallo! Wie geht's? Ah! 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 Auf mit dem Feuer! So! Ah! Hilfe! So! Jetzt sind wir wieder hier! So ein Dreck! Dann wieder hoch! Jetzt mal gehen wir mal den Weg hier! Entlang den Pfeilen! Zack! Okay! Dann! Und das ist eigentlich genau der gleiche Weg! Warte mal, kann man hier hoch? Nö! Dann hier entlang! Oh Gott, ob ich hier alle Geheimnisse finden werde? Ach so! Was in den Farben meiner Feinde! Jetzt auch, da war eine Truhe, die wir euch haben! Noch keine Panik, ne? Ganz ruhig bleiben! Ich hab... Pfff! Alles im Griff! So, hier hin! Nein! Boah! Ich denke mal, da auf diesen einen... Kann man drauf, he? Ich will schon alles mitnehmen, okay? Tod oder lebendig? Huh! Nein! Das gibt's nicht! Warum kann ich da nicht ran? Muss irgendwie da rennen, aber kann ich nicht! Warte! Ey! Nicht loslassen! Ähm! So! Okay! Wie mache ich das? Das geht doch! Meine Güte! Das war zu schwer! Jetzt wird's zurück! Hupsala! Nicht akkobatikanonien! Da kann ich nicht hin! Aber hier kann ich hin! Aber ich hab viel zu viel Geld, ne? Nein, na? Ah! Du kannst es wagen! War noch nie im Leben so viel Geld, oder? Vor allem, ich konnte mir ja schon locker irgendwie... Schwerter da kaufen! Wo will ich hin? Da komme ich hin! Aber... Nein! Ey! Wo gehst du hin? Wutsch! 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 Ah! 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 Ja! Ganzes wagen! Guck mal her! Ah! Da, voll runter stirbt! Voll brutal als Spiel! Gehe! Gehe! Hier kann ich irgendwas machen, aber... Ich will natürlich erstmal alles andere haben! Was? Aber ich bin nicht da letztens hochgekommen! bin ich davon hochgekommen ein bisschen geschubbelt fällt mir so auf so dann hier muss ich herunterklettern glaubt ja halleluja ja da ist nein ich hab mal wieder hoch darunter darunter geht ja nein warum konnte ich nicht noch mal springen schon wieder ich werde schon haben da habe ich mal einen moment ich komme mir an dieser seite nicht hoch will das nicht hoch will sie einfach nicht warum ist eine katze also immer das jetzt für die logik ist nein kann ich irgendwie überspringen also wird irgend upgrade oder so bitte manche sachen sind ganz schön unmöglich gestaltet finde ich so was möchte ich da runter fast da konnte irgendwie viel einfacher eben gerade gesehen irgendwie war da so ein laken oder so das ist überhaupt spannend ich würde mich kaum mehr sitzen halten können da kommt so irgendwie ja zack 5000 sehr gut da wollte ich eigentlich noch gucken ob dabei ist meine güte nachher kann ich nicht hoch viel passiert in dieser level glaube ich nicht mehr noch mal gucken nein 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 nicht noch weiter unten so ich geht weiter einfach ich habe aus wenn ich irgendwann nicht finde ich schon genug geld haben und so mein güter so du kannst mich auch mal jetzt kann man einfach etwas was muss ich mir nennen dann schätze ich mal ich muss gehen glaube ich dann 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 auf zu neuen gefildern nach 20 minuten wahrscheinlich schon da ist was das werde ich nie was ist das was war das was war das da ist mir da irgendwas runter gehangen ich will wissen was warte mal ich kann euch kamera und so bewegen ich idiot ja ne macht es irgendwie viel einfacher was haben wir da so nur so blaue dinge haben wir da warum kann ich keinen zweiten doppelsprung machen danach war elf minuten und ich komme jetzt so gar nichts dann machen wir das so noch nicht zack so alles klar alles klar was und ebenso ok ja ich dachte katzen mögen kein wasser warum denn noch mal feuer ah ok das letzte ding noch bekommen ja du hast mich runter also alt alt ohne was passiert wenn man versucht also und alter gleichzeitig zu sagen nein nein nicht in ihr dank ich vermüge mich gar nicht zu gucken ob ich alles hier noch nicht und was hat denn da habe ich auch irgendwie gesehen anspringen du wagen nein halte ich doch auch fest ganz schön widerspenstige kleine kitzchen hier rückwärts ausmachen sie kann so ein mario doppelsprung machen jetzt will sie da hängen so war ja da war auch gut und wenn ich meine zeit mit 60er dingern glauben mich dann doch schon haben wir sind ein bisschen mehr wert kisten töten durch da bietet sich irgendwie so an dass man da runter rutschen kann wenn ich mich richtig ungeräht bekomme total zerstört nein ich sterbe gleich hilfe ich muss mich heilen warte mal bleibe er mir fern wir schießen nein ich wollte noch nicht hin wie könnte es wagen aber wie mache ich da noch mal also ich bin noch mal zurück danke hilfe weg jetzt mal hier runter kiste beschützt mich und hier ist nicht dann liebe da hätte einer glück für dich ich hätte dich getötet keiner vor mir war halt 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 okay er hat so was war das was ist denn papagei irgendwie so warte au okay dann also nicht drei ich würde es ja wenn wir irgendwann mal an wänden vorbeikommen war nicht klettern können bei der albtraum ja da ist er doch der 100 tonne sehr gut unten im bohnen rutschen merkt schon was ist so was geht ab wie wird er ich habe Ich bin sehr gut. Hier geht's. Holy barbecue! Du hast es! Das ist großartig. Also, wo ist meine Lute? Ok, ok. Won't the Ton nicht schief sein Freund? Geh zur Backentrance, Bay 5. Du hast es da. Ich hatte etwas, was ich mit mir jetzt könnte. Vielleicht ein paar Jewel oder... Keine mehr sprechen! Won't the Ton eat now! Du kommst, wenn du mein Top Good stopp! Oh, Level beendet. Wollte schon sagen, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das wäre ein bisschen doof. Ich muss noch mal X drücken. Oh. Sie! Du bist nicht so smart genug zu halten, oder? Ha, ha, ha! So lange, du sportliche Noinks! Oh, Spy! Ok. Äh, ich kann das Ding reiten? Hiha! Ein Nude! Darauf kannst du reiten, neben dem Dreieck drückst. Dieser hier heißt... Sand Skin. Ok. Äh... Hier, Status, oder? Ne. Äh... Viel gefunden. Level-Auswahl, da kann ich ja sehen. Ich bin jetzt gerade hier. Ok. Mir fällt schon wieder eine Truhe. Leck mich! Und ein Daten-Pack. Das ist ein Skiff. Wat? Ich dachte, er hat eine Dinger als Skiff. Ok. Äh... Weißt du nicht. Mal einen kurzen Level im Vergleich zu setzen. Da muss ich irgendwann nochmal hier rennen. Warte mal, wie viel haben wir hier? Wups, nicht reingehen. Zwei Daten-Packs, neun Truhen und zwei Skiffs. Ok. Gönnen wir uns mal was. Oh, hello! Ich versuche so, jeder Level irgendwie mehr zu kaufen, ja. Ist doch teuer! Hat doch nicht so viel Geld. Vor allem, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass ich viel Gesundheit brauche. Was soll's? Oh, go buy you! Komm back next time, and you buy plenty! Na, Schwert vielleicht? Jetzt eine Trittkreise... Trittschüsses Manöver? Wie macht man das? Ich werde ich mal gucken. Kostüme, ne? Ist schon wieder interessanter. Das muss ich kaufen, ne? Pfff... In der Waffenarena, okay. Ja, stimmt. Hier kann ich halt alles kaufen. 49.000... Wow! Das größte Favorit! Gute Seller! 100 Tonnen Lohan-Sparkner! Kein mehr zu sprechen! 100 Tonnen essen jetzt! Oh, sieh noch. Wie süß aus! Nehmen wir das! Pfff... Sehr gut! Äh... Was wollte ich jetzt? Dingens... Hilfe und Option! Wird gespielt! Kritsches Manöver! Kann man da irgendwo gucken! Bla bla bla! Ja! Wenn Kitz, Messepegel und Skiffier eine rote Färbung annehmen, kannst du ein kritsches Manöver ausführen. Halt der R2 gedrückt und drücke Firk, um den Gegner mal so richtig aufzumischen. Äh... Okay. Äh... Gehen wir erstmal da lang? Oder ich würde sagen, ich mache einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss! Bis zur nächsten Folge! Danke! 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 Tschüss!